Es ist der 2. Oktober 1997. Uirange Holanda, ein ehemaliger Hauptmann der Luftwaffe, befindet sich in seinem Zuhause in Cabo Frio, Brasilien. Der ehemalige Pilot und Fallschirmspringer setzte sich 1992 zur Ruhe und hatte seitdem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Kapitän Holanda litt seit den frühen 1990ern an einer chronischen depressiven Störung. Meiner Meinung nach wurden die Depressionen von etwas ausgelöst, das er vor einiger Zeit am Amazonas erlebt hatte. Als seine Tochter in jener Nacht die Treppe zum Zimmer ihres Vaters hinaufsteigt, bietet sich ihr ein Bild des Grauens. Ihr Vater ist tot. Er scheint sich erdrosselt zu haben. War dieser Selbstmord durch seine psychische Störung bedingt? Oder durch etwas Unheimlicheres? Erst 2 Monate zuvor hatte der Hauptmann den UFO-Forschern A.J. Givert und Marco Petit ein Exklusivinterview gegeben. Beide Männer untersuchen und dokumentieren Begebenheiten mit UFOs. Dieses Objekt kam Richtung Kolaris. Als es weiter flog, wirkte es, als würde es den Amazonas mit Streifen überziehen. Dahinter steckte etwas Intelligentes. Nach einem viermonatigen Einsatz bekamen wir die Order aufzuhören. Einige UFO-Experten bleiben dabei, dass Hauptmann Hollander sich nicht selbst tötete, sondern ermordet wurde, weil er zu viel erzählt hatte. Von einer Reihe beängstigender Begegnungen mit UFOs, die sich 20 Jahre zuvor im Dschungel des Amazonas ereignet hatten. Einige davon endeten angeblich tödlich. Er gab einen Augenzeugenbericht ab über seinen Einsatz als Militär, der eine der ernstzunehmendsten Operationen auf dem Gebiet der Ufologie befähigt hatte. Es geht um etwas, von dem die Luftwaffe nicht möchte, dass es enttüllt wird. Ich glaube nicht an Selbstmord. Hollanders Tod hat mit etwas jenseits des Normalen zu tun. Er hinterließ uns die ganz klare Aussage, dass wir Besucher haben. Der Ausgangspunkt von Hauptmann Hollanders UFO-Sichtungen war hier, auf der brasilianischen Insel Colares an der Mündung des Amazonas. Lediglich zwei Stunden Fahrzeit von der geschäftigen Großstadt Belém entfernt, ist sie doch weit zurück, was Kultur und Technik betrifft. Das sind arme Leute, Fischer und Bauern, die ein sehr friedliches Leben führen. Wie die meisten Brasilianer sind auch die 2000 Einwohner von Colares überwiegend römisch-katholisch. Doch die abgeschottete Inselnlage hat zu viel heimischem Aberglauben geführt. Sie glauben, die Insel sei mysteriös und hier würden sich eine Menge Phänomene ereignen. Die Bewohner von Colares haben ihre eigenen Legenden und Traditionen. Der 78-jährige Emilio Campos Oliveira lebt seit langem auf der Insel. Vor beinahe 30 Jahren erlebte er eine Reihe außergewöhnlicher und verstörender Vorkommnisse, die das Leben auf Colares für immer veränderten. Ich konnte es spüren, als das Licht weg war, dieses Brennen. Da war es. Ein kreisförmiges Mal, es war schwarz und in der Mitte rot. Es begann in einer warmen Oktobernacht 1977. Gegen 23 Uhr ist Oliveira bettfertig. Seine Frau gibt ihm einen Gute-Nacht-Kuss, als er sich zum Schlafen in eine Hängematte im Wohnzimmer legt. Plötzlich durchflutet ein Lichtstrahl das Zimmer. Er scheint von oben zu kommen. Er ist so stark, dass er die Keramikziegel auf dem Dach durchdringt. Vor meinen Augen erschien ein helles Licht. Es drang durch die Decke über mir, traf mich am Oberschenkel und versenkte ihn. Das Licht war gleißend hell. Das Licht verschwindet so plötzlich, wie es gekommen war. Er kann sich das gerade Erlebte nicht erklären und versucht wieder einzuschlafen. Einige Tage später. Gegen 20 Uhr bricht der 24-jährige ortsansässige Fischer Orivaldo Malachias Pinero mit einem Freund zum nächtlichen Fischen auf. Ich war am Strand und wir warfen das Netz aus, fingen aber nichts. Also holten wir es wieder ein und machten uns auf die Suche nach einem anderen Platz, wo wir Fische fangen könnten. Die beiden Fischer warten geduldig auf ihren Fang. Plötzlich entdeckt Pineros Freund ein tiefliegendes, helles Licht am Himmel. Es war Geräusch und geruchlos. Er schaute hinaus aufs Meer und von dort kam dieses Licht auf uns zu. Wir bekamen Angst und begannen zu rennen. Die beiden Männer laufen in Richtung Stadt. Panisch berichten sie den anderen Bewohnern, was sie gerade gesehen haben. Sie erfahren, dass sie nicht die einzigen sind, die diese mysteriösen Sichtungen erlebt haben. Tatsächlich sind Dutzende von Menschen in den letzten Wochen von diesen Lichtern verfolgt und angegriffen worden, als würden diese Jagd auf sie machen. Die damals 25-jährige Zahnärztin Lucia Helena Márquez berichtet ebenfalls von einer seltsamen Begegnung an einem nahegelegenen Strand. Wir waren auf dem Markt, als es einen Tumult gab. Dieses Objekt erschien und jeder Mann rannte zur Küste. Wir sahen zwei Lichter am Himmel schweben. Jeweils ein Licht war an, das andere aus. Wie eine Art Signal. Die Farben waren hauptsächlich rot. Das war die leuchtendste Farbe. Dann grün. Rot-grün. Und im Hintergrund gelb. Dann verschwanden sie einfach wieder. Während die Bewohner von Colares versuchen, die seltsamen Vorkommnisse zu begreifen, sitzt der 25-jährige Reporter Carlos Mendes im zwei Stunden entfernten Belém in seinem Büro, als das Telefon klingelt. Die ersten Bruchstücke der Informationen erhielt ich durch Anrufe von Leuten, die in Verbindung mit der Stadt standen. Sie meinten, die Presse solle dorthin fahren, weil diese Lichter auftauchen und den Leuten große Angst machen würden. Mendes, der für die Zeitung O Estado do Pará arbeitet, ruft seinen Fotografen an. Die beiden Männer brechen noch in derselben Nacht in Richtung Colares auf. Als sie ankommen, werden sie von Bewohnern umringt, die ihnen ihre Geschichten darüber erzählen wollen, wie sie von seltsamen Lichtstrahlen angegriffen wurden. Einige behaupten sogar, von den Lichtern verwundet worden zu sein. Eine Frau war nachts in ihrem Haus, als sie plötzlich einen hellen Schein wahrnahm. Sie merkte, dass das Licht auf ihr Haus schiel. Es drang durch das Dach und erhellte das Schlafzimmer. Die Frau erzählt, dass ihre Arme und Beine gelähmt waren. Tags darauf bemerkte sie etwas Seltsames auf ihrer Brust. Ihre Brust wies Mahler auf, als hätte jemand mehrmals hintereinander mit einer Nadel in diesen Bereich gestochen. Weitere vermeintliche Opfer erzählen ähnliche Geschichten. Sie berichten auch, dass sie, während sie durch das Licht bewegungsunfähig waren, das Gefühl hatten, jemand würde ihnen Blut aussaugen. Der Reporter Carlos Mendes sieht die Lichter niemals mit eigenen Augen. Er weiß nicht, was er mit den bizarren Geschichten anfangen soll, merkt jedoch, dass die Panik echt ist. Ich sah, dass diese einfachen Menschen große Angst hatten. Das zeigte mir, dass etwas sehr Schlimmes im Gange war. Während der nächsten zwei Monate nimmt die Zahl der Sichtungen zu und die Insel erzittert in panischer Angst. Über 80 Menschen berichten, die intensiven Lichtstrahlen hätten sie anvisiert. Die Geschichte war stets dieselbe. Die Lichter kamen aus dem All, sogen sich an den Leuten fest, lähmten sie und verletzten sie dann. Sie konnten nicht begreifen, warum sie angegriffen worden waren, berichteten aber von einem gewalttätigen Übergriff. Sie versuchten zu verstehen, warum das geschah und ob die Lichter den Menschen tatsächlich erschienen waren. Die Einwohner sind so verängstigt, dass viele Frauen und Kinder die Stadt verlassen. Ein paar Männer errichten den Strand entlang Lagerfeuer und halten Nachtwache. Andere schließen sich aus Angst vor Übergriffen in ihren Häusern ein. Ich sah den Menschen die Furcht, die panische Angst an und die Bitte, ihnen zu helfen. Es scheint, als würde jemand oder etwas die Bewohner von Colares angreifen. Und keiner weiß weshalb. Zu der Zeit arbeitet die 24-jährige Dr. Velaide Carvalho als Direktorin des örtlichen Gesundheitszentrums. Sie ist erst seit sechs Monaten auf der Insel. In den letzten Tagen hat die junge Ärztin einen Anstieg an Patienten beobachtet. Viele behaupten, von dem unerklärlichen Licht verletzt worden zu sein. Kontinuierlich kamen Leute und ich war irritiert, weil ich dachte, es würde eskalieren. Ich hielt es für eine Massenhalluzination. Die Fälle häuften sich, doch ich blieb skeptisch. Ich dachte, alle wären aus irgendeinem Grund verrückt geworden. Die Symptome, die die Ärztin sieht, sind alle gleich. Die Patienten weisen immer auf etwas, das wie Strahlungsverbrennungen und ungewöhnliche Einstichmale aussieht. Der Arzt Daniel Rebiso-Giese hat die Ereignisse auf Colares untersucht. Die Male waren in der Regel auf Höhe des Brustkorbs, Schultern, Brust, in einigen Fällen am Oberschenkel, am Bein. Für gewöhnlich handelte es sich um kleine Verbrennungen. Sie waren nicht großflächig, maximal 15 Zentimeter im Durchmesser. Dr. Velaide entdeckte kleine warzenartige Erhebungen, die aussahen wie zwei kleine Einstichstellen im Bereich der Wunde. Die Opfer gaben an, dass die Verbrennungen dort entstanden waren, wo das Licht ihre Haut berührt hatte. Doch die Wunden sind anders als alle Verbrennungen, die die Ärztin jemals behandelt hat. Die durch die Verbrennung entstandenen Male wurden sehr schnell schwarz, als wären sie schon um die zehn Tage alt. Oft waren jedoch seit ihrer Entstehung erst zehn Minuten vergangen. Doch die beunruhigendsten Fälle der Ärztin sollten erst noch kommen. Im September untersucht sie eine Frau, deren Verwandte behaupten, sie wäre in ihrem Haus von einem hellen Licht angegriffen worden. Sie wurde von ihren Angehörigen hereingetragen. Sie hatte bereits Krämpfe, wie bei einem Herzstillstand. Ihr Mund und ihre Augen waren fest geschlossen. Und sie hatte überhaupt keine Reflexe. Carvalho versucht die Frau zu stabilisieren. Doch ihr Zustand bessert sich nicht. Wir konnten nichts weiter tun. Wir hatten keine Ambulanz, also blieb uns nichts anderes übrig, als sie ins Auto zu legen und nach Belém zu fahren. Carvalho wartet auf Neuigkeiten über den Zustand der Frau. Fünf Tage später wird ein weiterer ernster Fall in ihre Klinik gebracht. Eine Frau, die Augenzeugen zufolge von einem starken Lichtstrahl getroffen wurde, als sie in ihrem Hof stand. Sie kam in einem derart erstarrten Zustand im Streifenwagen an, dass man sie nicht ins Auto setzen konnte, sondern auf die Rückbank legen musste. Ihre Beine standen heraus, weil man sie nicht abwinkeln konnte. Carvalho schickt diese Patientin ebenfalls in die größere Stadt. Kurz darauf meldet sich das Regionalkrankenhaus in Belém wegen ihrer Patientinnen bei der Ärztin. Beide sind tot. Ich hatte darum gebeten, die Todesursache festzustellen, weil dies von öffentlichem Interesse war. Die Todesursache wurde als unbekannt aufgeführt. Carvalho glaubt noch immer nicht, dass ihre Patienten von Lichtstrahlen angegriffen worden sind. Sie vermutet, dass die wachsende Hysterie bezüglich der Sichtungen zu einem Herz- oder Schlaganfall geführt haben könnte. In der Hoffnung, der Panik ein Ende zu bereiten, bitten Carvalho und weitere städtische Beamte den Bürgermeister um Hilfe. Im September tritt der Bürgermeister in Kontakt mit dem Stützpunkt der regionalen brasilianischen Luftstreitkräfte Comar. Daraufhin erhält Hauptmann Uirange Holanda von Comar die Order, eine Gruppe von Luftwaffenoffizieren zu leiten, wie die seltsamen Vorkommnisse auf der Insel untersuchen soll. Laut Reporter Carlos Mendes, der die Vorkommnisse auf Colares erforscht, ist Hollandas Truppe möglicherweise entsandt worden, weil das Gebiet wiederholt Schauplatz von Guerilla übergriffen seitens kommunistischer Rebellen gewesen ist. Der Reporter ist der Ansicht, dass die Luftwaffe annimmt, die Lichter würden durch den Einsatz von Waffen im Dschungel hervorgerufen und dass Hollanda den Auftrag erhält, die Rebellen aufzuspüren. Ich bin der Ansicht, die Militärs sollten auf Colares in erster Linie untersuchen, ob es subversive Aktivitäten seitens kommunistischer Agenten gab. Die Operation erhält jedoch einen seltsamen Namen. Hauptmann Hollandas Mission heißt Operation Untertasse. Schnell stellt er eine Mannschaft zusammen. Der damals 37-jährige Zivilist Pignon Frias ist als Pilot mit dabei. Es gab den Verdacht, dass es sich um eine Art Apparatur handelte, die den brasilianischen Luftraum verletzte. Wir wussten nicht, aus welchem Land sie stande, doch irgendetwas verletzte die Lufthoheit. Die Luftwaffe war verpflichtet zu prüfen, was das war. Anfang September trifft Hollandas Truppe bestehend aus Militärs, Ingenieuren und Wissenschaftlern in Colares ein. Die Männer errichten Lager und stellen Teleskope und Kameras an den nahegelegenen Stränden auf. Ihre Unternehmungen finden unter den Augen der Inselbewohner statt, in der Hoffnung, die Angst zu vertreiben, die die Insel erfasst hat. Als wir auf Colares ankamen, herrschte in der Stadt völlige Panik. Die Bevölkerung schlief nicht mehr vor lauter Angst. Trotz unserer Bemühungen konnten wir sie nicht beruhigen, besonders nicht die älteren Einwohner, von denen einige schon von den Lichtstrahlen getroffen worden waren. Gleich nach dem Eintreffen auf der Insel versucht die Mannschaft der Operation Untertasse, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Hauptmann Hollander begibt sich umgehend zu Dr. Carvalho. Als erstes machten mir die Leute von der Luftwaffe, als ich sie um 6 Uhr morgens empfing, den Vorschlag, ich solle der Gemeinde von nun an sagen, dass es sich bei allen Fällen von betroffenen Menschen um Massenhysterie handele. Für die Ärztin ist das Treffen ein erstes Anzeichen dafür, dass die Luftwaffe nicht daran interessiert ist, die Wahrheit zu finden, sondern sie stattdessen vertuschen will. Carvalho weigert sich, bei dem Plan mitzuspielen. Ich konnte keine Gemeinde betrügen, die so viel von mir erwartete, besonders Unterstützung und Glaubwürdigkeit. Hollander trifft sich auch mit örtlichen Augenzeugen. Einer von ihnen ist der 48-jährige Emilio Campos Oliveira. Der Bewohner sagt, ihr wäre vom Licht am Oberschenkel verbrannt worden. Sie besuchten mich und fotografierten die Stelle, wo ich getroffen wurde. Die einzigen, die meine Male sahen, waren die Männer der Luftwaffe. Die Sichtungen dauern die nächsten vier Monate an. Hauptmann Hollanders Truppe beschäftigt sich mit dem Sammeln von Informationen durch Zeugen und Stadtbeamte. Ihre Überwachungsausrüstung ist 24 Stunden täglich in Betrieb. Doch die Luftwaffe macht ihre Ergebnisse nicht öffentlich zugänglich. Diejenigen, die glauben, Operation Untertasse würde bei der Aufdeckung der Wahrheit helfen, sind enttäuscht. Einige glauben stattdessen, die Vertuschung hätte bereits begonnen. Das Militär kam ohne Waffen nach Konaris. Sie waren lediglich mit einer Menge Kameras bewaffnet. Über vier Monate hinweg fertigen Hollander und seine Truppe Fotos und Skizzen an. Dies sind ihre Originalzeichen. Sie führen auch Interviews mit den Bewohnern, inklusive Dr. Velay de Carvalho. Sie hat schon Dutzende Patienten behandelt, die behaupten, angegriffen worden zu sein. Anfangs stand die Ärztin deren Geschichten noch skeptisch gegenüber, doch bald darauf sieht sie selbst ein UFO. Es ist gegen 18 Uhr und Carvalho kehrt von ihrer Schicht im örtlichen medizinischen Zentrum zurück nach Hause, als sie sieht, wie eine Frau in Ohnmacht fällt. Ich blickte nach oben und sah das Objekt, das ich abgestritten hatte, woran ich nicht glaubte und was ich für das Produkt von Delirium, Verrücktheit und Fantasiegespinsten hielt. Ich sah das Objekt auf einer Höhe von ungefähr zehn Stockwerken. Das Objekt ist zylinderförmig und Carvalho fühlt sich wie gelähmt durch das, was sie sieht. Es hatte weder die Farbe von Edelstahl oder Silber, noch die Farbe von irgendetwas anderem. Es hatte eine ganz eigene Farbe und machte elliptische Bewegungen. Es war direkt über meinem Kopf, vollführte eine Ellipse und kam wieder zurück. Laut Augenzeugenberichten empfängt die Luftwaffe genau zu diesem Zeitpunkt ein Signal auf einem Radar, das die Männer an einem naheliegenden Strand aufgestellt haben. Als die Truppe herbeieilt, um ihre Teleskope und Kameras scharf zu stellen, verschwindet das Objekt. Es drehte zur Bucht ab und verschwand in Richtung Meer. Holanda und seine Mannschaft führen ihre Observationen auf Golares fort. Sie sammeln über 500 Fotos und 15 Stunden Filmmaterial. Was sie zu sehen bekommen, erscheint ihnen wie helle Lichter am Himmel. Ihre Untersuchungsberichte schicken sie ins Hauptquartier der Comar in der Landeshauptstadt Brasilia. Die Luftwaffe vertiefte sich wirklich in die Untersuchung. Sie musste den Menschen, die diese Begegnungen hatten, irgendeine Antwort geben. Ich bin mir sicher, dass sie überrascht war, als die Soldaten der Luftwaffe selbst begannen, eigene Begegnungen und Erfahrungen zu haben. Im Dezember 1977 arbeiten die Ufologen A.J. Gevert und Marco Petit intensiv an der brasilianischen Ausgabe des UFO-Magazin, als sie von den Geschichten aus Golares hören. Dieser Militäreinsatz ist der erste, uns bekannte in Brasilien, vielleicht sogar der Welt, der sich ausschließlich damit beschäftigt, was sich hier im Zusammenhang mit dem Phänomen UFO abspielte. Über vier Monate lang wurden mehr als 3000 Menschen von den Soldaten interviewt. Im selben Monat erhält Hauptmann Hollander die Order, alles Material zu übergeben und zu Comar zurückzukehren. Die Fotos, Filme und Skizzen, die sie gesammelt haben, bleiben unter Verschluss. Ihm wurde befohlen, die Operation Untertasse sofort zu beenden. Als Soldat stellte er nicht viele Fragen. Was mich und meine Kollegen am meisten erschütterte, war die Tatsache, dass Ende Dezember 1977 der Befehl kam, die Operation abzubrechen. Gerade als die Sichtungen zunehmend ergebnisreicher wurden. Bis heute weiß kein Zivilist, woher die Order kam. In den folgenden Monaten werden Berichte über seltsame Sichtungen und absonderliche Attacken seltener. Mit der Zeit fließen die Geschichten über mysteriöse Lichter am Himmel in die örtlichen Legenden ein. 30 Jahre lang wird die Operation Untertasse unter Verschluss gehalten. Doch Hauptmann Hollanders Schweigen währt nicht ewig. 1997 entschließt er sich zu einem auf Video aufgenommenen Treffen mit A.J. Givert und Marco Petit in der Nähe von Rio de Janeiro. In diesem wenig bekannten Video gibt der Hauptmann einen aufregenden Bericht über die Geschehnisse auf der Insel. Dieses Schiff startete mit einer starken Explosion, gleich einem Donnerschlag und gleißendem Licht in Richtung Atmosphäre. Es verschwand mit unglaublicher Geschwindigkeit zwischen den Sternen. 1977 legt die Operation Untertasse der brasilianischen Luftwaffe einen umfassenden Untersuchungsbericht an, der über 20 Jahre in den Regierungsarchiven unter Verschluss gehalten wird. Die Akten enthalten schätzungsweise 500 Fotos und 3000 Interviews mit Augenzeugen, die behaupten, von hellen Lichtern am Himmel über der Amazonasinsel Colares angegriffen worden zu sein. Erst 1997 beginnt sich der Schleier des Geheimnisses zu lüften. Juni 1997. A.J. Givert, Ufologe und Chefredakteur der brasilianischen Ausgabe des UFO Magazine, ist gerade bei der Arbeit, als er einen Anruf erhält. Am anderen Ende der Leitung ist Uirange, Holanda, der 1977 die Luftwaffeneinheit auf Colares leitete. Er rief an und sagte, ich habe Ihre Arbeit stets bewundert und glaube, Sie haben das Richtige getan. Früher konnten wir nicht miteinander sprechen, weil ich beim Militär war. Heute bin ich pensioniert. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, besuchen Sie mich bitte. Kurz darauf machen sich Givert und sein Mitherausgeber Marco Petit auf den Weg zu Holanda. Zwei Tage dauert das Treffen der drei Männer im Haus Holandas in Cabo Frio vor den Toren Rio de Janeiro. Sie nehmen das gesamte Treffen auf Video auf. Er war ein Mann mit einem ausgezeichneten Gedächtnis. Er konnte Details von Dingen, die vor über 20 Jahren passiert waren, mit solcher Präzision wiedergeben, dass wir beeindruckt waren. Am wichtigsten war zweifellos seine Beschreibung der Begegnungen mit diesen Objekten. Er sah Schiffe mit unterschiedlichen Formen, die manchmal 100 Meter Durchmesser hatten. Durch solche Beobachtungen befand er sich in einer Situation, die weltweit nur wenigen Menschen zuteil geworden ist. Wir konnten ein Geräusch, ähnlich einer Klimaanlage hören. Eine Art dumpfen Laut. Tief im Inneren dieses Geräusches war ein Klicken, das wie ein Schaltrad klang. Das Geräusch, das vom Schiff kam, war sie ihr klar. Holanda beschreibt detailliert drei verschiedene Begegnungen mit außerirdischen Raumschiffen. Dies sind die Bilder, die er zur Erläuterung seiner ersten Begegnung machte. Er erzählte den Forschern, dass seine zweite Begegnung an einem Abend stattfand, als er mit seiner Truppe am Strand stand. Das Licht kam nahe heran und blieb oben stehen. Es war sehr weit oben, hielt jedoch an und umkreiste uns sogar. Danach flog es in Richtung Osten davon. Dann erzählt Holanda von seiner letzten und erschütterndsten Begegnung. Er erzählt den Ufologen vom Besuch eines menschenähnlichen Wesens aus einem der Schiffe, während er im Bett lag. Ich lag auf der Seite, als plötzlich ein heller Lichtstrahl das Zimmer erleuchtete. Ich schreckte hoch. Ich hörte etwas Seltsames und gleich darauf stand ein Lebewesen hinter mir und legte seine Arme um mich. Das war eine befremdliche Situation. Dann beschreibt Holanda den Außerirdischen. Er war ungefähr 1,50 Meter groß und trug einen Anzug, ähnlich dem eines Astronauten oder Tauchers, der irgendwie weich und nicht besonders fest war. Das Gesicht konnte ich nicht sehen. Er trug eine bleigraue Maske und ich konnte die Einzelheiten des Gesichts nicht erkennen. Ich sah keine Augen, keine Konturen. Holanda erzählte den Forschern auch, dass der Außerirdische mit ihm sprach. Ich hatte große Angst. Das Wesen hinter mir umarmte und drückte mich. Es sprach in mein Ohr auf Portugiesisch. Und das klang wie die metallische Stimme eines Computers. Es sagte zu mir, ganz ruhig, wir werden dir nichts tun. Holanda sagt, dass der Außerirdische im Anschluss verschwand. Er konnte uns ganz präzise sagen, was geschehen war. Es gab eine ganze Reihe von Objekten, die in diesem Gebiet agierten. Einige Objekte kamen seltsamerweise aus dem Dschungel, zwischen den Bäumen hervor. Andere kamen vom Himmel und ein paar aus dem Wasser. Es war ganz erstaunlich. Uirange Holanda stellt eine weitere, überraschende Behauptung auf. Er zeigt den Ufologen seinen Arm. Es sieht aus, als wäre etwas unter seiner Haut. Er berichtet, der Außerirdische hätte es bei der letzten Begegnung dort implantiert. Flexibel und biegsam. Hier, man drückt und da sieht man es. An dieser Stelle. Sind sie einmal geröntgt worden? Ja, aber ohne Befund. Im Juli 1997 veröffentlichen Javert und Petit Hollanders Geschichte in ihrem UFO-Magazin. Doch diejenigen, die hoffen, dass diese aufsehenerregende Enthüllung zu einer zweiten Untersuchung führt, werden enttäuscht. Stattdessen beginnt ein neues Kapitel im Mysterium um Polaris. Am 2. Oktober 1997 stirbt Uirange Holanda. Die offizielle Todesursache lautet ersticken. Es stellt sich jedoch die Frage, ob der Tod ein Unfall, Selbstmord oder gar Mord war. Laut seiner Kollegen hatte Holanda mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen und hatte bereits zuvor versucht, sich umzubringen. Doch andere, die den Hauptmann kannten, verneinen einen Selbstmord. Sein Co-Pilot Pignon Frias vermutet, er könnte ermordet worden sein. Holanda würde sich niemals umbringen. Zwar kann ich nichts und niemanden beschuldigen, doch würde er sich niemals eine Schlinge um den Hals legen und sich erhängen. Er hat sich das Leben genommen. Er war depressiv und hat diese Entscheidung getroffen. Doch der Mann hat uns die wichtige Botschaft hinterlassen, dass wir Besucher haben. Und dass die brasilianische Luftwaffe, sprich die brasilianische Regierung, davon weiß. Im März 2004 beschließen A.J. Givert und Marco Petit etwas zu unternehmen. Sechs Jahre nach dem Tod Uirango-Hollandas verlangen sie im Rahmen der von ihnen ins Leben gerufenen Kampagne UFO Freedom of Information Now Zugang zum geheimen Colares Report. Als UFO-Forscher und brasilianischer Staatsbürger bin ich der Ansicht, dass die Art von Information, über die wir hier sprechen, nicht auf Militärakten und Militärkommandos beschränkt sein sollte. Sie muss allen bekannt sein. Im Archiv der Luftwaffe entdecken Givert und Petit diese von Holanda und seiner Einheit angefertigten Skizzen und Fotos. Aufzeichnungen, die 30 Jahre lang unter Verschluss waren. Am 20. Mai 2005 treffen die Ufologen A.J. Givert und Marco Petit mit einer Handvoll weiterer Ufologen im Hauptquartier der brasilianischen Luftwaffe ein. Sie untersuchen geheime Dokumente, zu deren Herausgabe sie die Regierung gedrängt hatten. Diese Akten enthalten Informationen bezüglich der Militäruntersuchung namens Operation Untertasse von 1977. Givert und Petit nehmen an, dass die Aufzeichnungen Daten über die UFO-Begebenheiten auf der Insel Colares enthalten. Der Brigadegeneral sagte, ich habe vom Kommandanten der brasilianischen Luftwaffe Order erhalten, Ihnen alle Akten zu zeigen. Sie können alles sehen, was Sie wollen. Aber tatsächlich behaupten die beiden, es wäre ihnen nicht erlaubt gewesen, alle Dokumente über die Vorkommnisse einzusehen. Dies sind einige der Fotos, die Sie untersuchten. Von den über 2000 Seiten Text, 500 Fotos und über 15 Stunden Filmmaterial wird Ihnen lediglich gestattet, 110 Fotos und 200 Dokumente einzusehen. Das Material ist sowohl erhellend als auch verwirrend. Es zeigt, dass die brasilianische Regierung viel Zeit darauf verwendet hat, die Sichtungen zu untersuchen. Die Akten dokumentieren zahlreiche Aussagen von Augenzeugen und enthalten mehr Einzelheiten, als die Ufologen jemals für möglich gehalten hätten. Givert und Petit dürfen die in den Akten befindlichen Filme nicht sehen. Doch sie entdecken Fotos, die Hauptmann Hollander, Leiter der Operation Untertasse, gemacht hat. Die körnigen Schwarz-Weiß-Fotos zeigen helle Lichter hoch oben am Nachthimmel. Was die Ufologie angeht, ist ein Foto weniger wert als 1000 Worte. Man muss die Berichte der Leute analysieren, die die Fotos geschossen haben. Hauptmann Hollanders umfangreicher Bericht enthält Skizzen und Beschreibungen seiner vermeintlichen Begegnungen mit den außerirdischen Flugobjekten. Wir hatten Zugang zu unterschiedlichen Dokumenten, die die Begegnungen bis ins Detail beschreiben. Auch Rekonstruktionen in Form von Skizzen. Und das nicht nur für die Fälle des Militärs, sondern auch für die der Bewohner. Die Dokumente beschreiben verschiedene Begegnungen mit den mysteriösen Lichtern. Die UFOs konnten sich den Menschen näher. Sie konnten kleiner oder größer werden. Und irgendwie stärker leuchten. Der Bericht schließt mit der Beschreibung der Brand- und Einstichwunden, die angeblich von den Lichtern verursacht wurden. Sie liefern aber keinen Beweis dafür, dass ein Zusammenhang besteht. Die Unterlagen lassen dies ebenso unbeantwortet wie viele andere Fragen. Sie versuchen weder die Quelle der Lichter zu bestimmen, noch die Spekulationen zu entkräften, dass sie von außerirdischen Flugobjekten herrühren. Heute scheint klar zu sein, dass es seitens der brasilianischen Regierung keine endgültige Erklärung für die Sichtungen auf Colares geben wird. Die Luftwaffe erklärt offiziell, dass im Zusammenhang mit der Operation Untertasse ein Bericht mit unterschiedlichen Aussagen, der offensichtlich jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehrt, angefertigt wurde. Bis auf Weiteres kommen eventuelle neue Informationen lediglich von Seiten unabhängiger Forscher und Ufologen. Der Arzt Daniel Rebiso-Giese studiert die Sichtungen auf Colares seit 1985. Seine Untersuchungen begannen damit, dass er versuchte, andere mögliche Erklärungen für die Brandmale der Opfer zu finden. Es bestand der Verdacht, dass es ein Tier gewesen sein könnte, vielleicht eine Fledermaus. Diese Theorie wurde entkräftet, denn wenn Vampir Fledermäuse zubeißen, hinterlassen sie U-förmige Male. Es sind Bisse, die stark bluten, und in diesem Fall blutete nichts. Rebiso-Giese hat auch die Theorie, die Sichtungen auf Colares könnten durch eine Massenhalluzination ausgelöst worden sein, untersucht. Man dachte, es könnte Massenhysterie und Selbstverstümmelung gewesen sein. Menschen, die sich selbst kratzen und verletzen. Doch so ist es nicht gewesen. Rebiso-Gieses Untersuchung ergab, dass die Wunden nicht selbst zugefügt worden waren. Es sieht aus, als hätte eine ganz intensive Strahlung das Nervensystem lahmgelegt. Das Licht muss etwas herausgesogen haben. Rebiso-Giese forschte auch nach möglichen Lichtquellen, die es auf der Insel gab. Zur Zeit der Sichtungen bekämpfte die brasilianische Regierung kommunistische Guerillas im Bundesstaat Pará. Dazu gehört auch Colares. Man hegte den Verdacht, dass es sich um eine Waffe handeln könnte. Heimliche Manöver der Guerilla, die sich bestimmter Apparaturen bedienen würde, um die Bevölkerung zu verscheuchen und Waffen, Munition und Kriegslieferungen nach Pará zu schaffen. Trotz der Berichte über Guerilla-Aktivitäten liefert die Regierung weder eine Bestätigung noch eine Verneinung. Der Reporter Carlos Mendes, der sich mit den Geschehnissen auf Colares befasst hat, hat keinerlei Erklärung für die seltsamen Lichter, die die Insulaner beschrieben. Aber er meint, dass die Abgeschiedenheit von Colares und der Aberglaube ihrer Bewohner eine Rolle dabei gespielt haben könnten, die Geschichten über Ufo-Sichtungen am Leben zu erhalten. Die Menschen waren geschockt und verängstigt. Und die Bewohner von Colares haben stets mit Legenden und Volkstum gelebt. Das ist typisch für den Amazonas. Das Mysterium existiert noch heute. Was flog hoch am Himmel über Colares? Und warum glaubten die Menschen, sie wären von Lichtstrahlen angegriffen worden? Ich glaube, sie entnahmen biologisches Material, vielleicht Blut, um Impfstoffe herzustellen. Eine Art Schutz für ihren eigenen Körper, ihre eigene Zivilisation. Wenn letzten Endes der Tag der Kontaktaufnahme mit den Menschen kommen sollte, wären sie nicht mehr für Krankheiten und Seuchen anfällig, die von uns Menschen ausgehen. Was Hauptmann Hollanda, den Leiter der Operation Untertasse angeht, sind die Ufologen Marco Petit und A.J. Gewert davon überzeugt, dass er aus einem Gefühl der Verpflichtung heraus handelte. Hollanda war überzeugt, dass er nicht sterben konnte, ohne seine Geschichte zu erzählen. Es war essenziell, diese von dem Hauptakteur zu hören, der die gesamte Untersuchung damals geleitet hatte. Er dachte sich, er könnte morgen schon tot sein und würde dann die Wahrheit mit ins Grab nehmen. Offensichtlich wollte er nicht, dass das geschieht. Er hinterließ uns eine äußerst wichtige Nachricht, die lautet, wir haben Besucher. Besucher. Besucher.